Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Krypto Anarchist. Wir schauen einmal rein. XRP heute bei 70 Cent. Auf jeden Fall alles ein bisschen wieder hochgegangen. So, ich sag mal Bitcoin war gestern auch noch bei 40.000 ungefähr. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Hier, genau. Sind wir auch gerade ganz knapp drunter. Von daher sind wir mal gespannt, ob das jetzt so ein bisschen flippt und wir jetzt über 40.000 permanent sein werden oder ob es weiter runter geht und wir dann wahrscheinlich wieder so 36.000 sehen werden. Bin ich mal gespannt. Aktuell nehme ich keine Profite oder Kauf oder Verkauf, auch gerade so nichts. Ich gucke einfach mal, wohin der Markt sich bewegen wird. Bevor wir in das Video rein starten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ihr wisst, für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt trotzdem sehr, hier zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir einmal direkt rein. Alex Korb schreibt hier. XRP Clarity haben wir. Big Exchanges, Relisten XRP haben wir. Ripple IPO, dass die an die Börse gehen, haben wir. Jet gehen die XRP aus. Jet McCallop, der verkauft ja gerade all seine XRP-Reserven. Der hatte ja Millionen und verkauft, sage ich mal, am Tag irgendwelche, ich glaube 13 Millionen pro Tag können das passen. Hatte ich jetzt so spontan im Kopf. Aber genau, der hat bald keine XRP mehr. Und Flare Launch ist auch bald. Von daher HODL, alle Zeichen, alle Sachen sind eingetreten soweit oder sind fertig. Jetzt geht es halt nur noch darum, regulatorische Klarheit zu bekommen von der SEC. Und dann steht dem ganzen Turn-Up nichts mehr im Weg. Und Gary Genser, wenn wir gerade schon von der SEC sprechen, hat seinen Twitter-Account eröffnet. Hier, I'm new here on Twitter. Gary Genser ist auch verified, kann man auch sehen. Also das ist auch wirklich der verifizierte Account hier. Etwas über mich. Ich bin dreifacher Vater, avid runner und hiker, also so ein Läufer und so ein Wanderer quasi. Genau, diese Wanderung machen. Und der 33. Chairman der SEC. Wenn ihr Interesse an Investor Protection, also dem Verbraucherschutz quasi, habt oder einem effizienten Markt, dann lasst mir einen Like da oder einen Follow da. Bin ich mal gespannt, was er da alles so posten wird. Mr. Intuitive heißt ihn auch herzlich willkommen und sagt, Welcome to Twitter, Gary Genser. Gary, you there? The XRP-Community loves asking questions. Wir sind ein bisschen proviert sozusagen. Wir schauen einmal rein. Gary, are you there? I heard you joined Twitter. Welcome aboard. XRP-Community does welcome you with open arms. For the most part, we are kind individuals. You may run into some frustrated XRP holders. It's probably because Ripple's been complying with the SEC for years. XRP was created before Ripple was created. Ripple raised funds through VCs. And two of your commissioners just came out and said, clarity is confusing. But other than that, welcome aboard. Hope you respond to our inquiries. And Godspeed. Auch geil hier mit dem Brett Garlinghouse-Bild im Hintergrund. Und hier Amerika-Flagge. Einfach geil. Weiter geht's von PRX. Er sagt hier, blue und red ist purple. Was ein Zufall. Standard custody and trust company. Regulation, security, ecosystem. Hier ist der lila Schirm. Mr. Poole hat ja hier den roten Schirm gebracht. Und Standard custody schreibt dann, die Webseite ist jetzt live. Checkt das gerne aus auf standardcustody.com. Was ein Zufall. Das ist auch wieder eine sehr geile Verbindung. Also wo man auch wirklich mal wieder was Richtiges hat aus meiner Sicht. Weiter geht's von Luminous Design. Er schreibt hier, XRP geht auf 200 Dollar. Aber viele werden bereits gehen, wenn sie 70% im Plus sind. Nach ein paar Wochen, Monaten wird ein Reset passieren. Und dann wird der ganze Bank-Account weg sein. Denkt immer einen Schritt voraus. Also das ist ja wirklich so, wenn man es halt jetzt umändert von XRP oder von generell Krypto in Fiat. Dann lebt man natürlich auch mal mit dem Risiko, dass man sagt, okay, wie lange hält sich Fiat noch? Ohne, dass jetzt krasse Inflationen oder Resets kommen. Ist auch immer ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Also Fiat ist kein sicheres Geld oder sowas. Ganz im Gegenteil. Weiter geht's von Genie. Er hat hier Giant Leap. Also ein großer Sprung oder eine große Lücke. Und dann große Veränderungen. Sie sind ready. Also hier ein großer Sprung. Sie sind bereit. Weiter geht's von Robert Dobbs. Er sagt hier, Overnight soon. XRP, XRP. Und hier nochmal das kleine GIF, Transaktion pro Sekunde. Bei XRP. Da geht das so durch. Weiter geht's von David Schwartz. Wir hatten ja hier zuletzt die, im letzten Video, die Wellen, die immer an das Schiff geschlagen sind. Wo er gesagt hat, hier, wir fahren gerade durch die San Pablo Bucht. Und hier hat Enigma natürlich ein bisschen was rausgefunden. Liquidity Waves Manipulation Bitcoin. 26. Juli. G. Auf jeden Fall interessant, ne? Event Kalender. Darauf könnte er sich beziehen. Weiter geht's von XRP The Standard. Er antwortet hier auf einen Tweet von Uphold. Abholt das Exchange und hat geschrieben, sag uns, dass du XRP hältst, ohne das zu schreiben quasi. Und dann sagt er hier, abholt mit diesen XRP Tweets. Es fühlt sich immer so an, als wenn die XRP im Speziellen raussuchen für einen bestimmten Grund oder außer einem bestimmten Grund. Ja, das ist alles auf jeden Fall aus meiner Sicht so ein bisschen auch so Dog Whistling mäßig. Dass die da, ja, so ein bisschen immer XRP erwähnen. Schon ein krasser Zufall, ne? Weiter geht's von Howard Moon. Er hat hier ein bisschen was gepostet. Das könnt ihr euch einmal durchlesen. Weiter geht's von Fojack. Er antwortet dann hier nochmal. Hat dann diesen Tweet noch einmal archiviert quasi, ne? Und dann hier schreibt Ripples00 das Bild von David Schwarz darunter, ne? Wo er hier diese Augenklappe quasi hat mit dem XRP-Logo. Hört sich schon auf jeden Fall verdächtig danach an, ne? Weiter geht's vom Truthseeker. Er sagt hier, ich glaube jetzt, dass die Time für den finalen Run gesetzt ist. Das Endgame. Die ganzen Cash-Positionen werden liquidiert. 100% All-In. Er ist bereit. Dann geht's weiter von Great Gatsby. Er schreibt hier, für die blinden People in diesem Space, ne? XRP ist so knapp vor der regulatorischen Klarheit. Tether wird ins Wasser fallen auf jeden Fall, ne? Oder hier, Take on Water, also, ja, wird untergehen. Hoffentlich wisst ihr alle, wie ihr zu dieser Arche kommt, ne? Also XRP, der rettende Hafen. Ich denke auch, Tether ist ein Scam und das wird jetzt bald rauskommen. Habe ich aber auch schon in Videos vor Monaten gesagt, wenn ihr euch da mal informieren wollt. Und da stehe ich immer noch zu. Weiter geht's von R6. Sie schreibt, IMF claims Bitcoin threatens economy stability, ne? Also XRP bedroht die ökonomische Stabilität. Kann man sich ja mal durchlesen, was die hier wieder behaupten. Heute geht's von Val Jester. Er sagt hier, jeden Tag gibt es einen Monat voll mit News. So scheint es, also kommt mir auch tatsächlich so vor, ne? Dass man irgendwie jeden Tag, oder zumindest alle zwei, drei Tage, so viele News und Neuigkeiten bekommt, ne? Hier, keine Ahnung, irgendein Interview, dann wieder irgendeine Partnerschaft, irgendwas geht live, ne? Letztens der On-Demand-Equility-Korridor in Japan ist live gegangen für XRP. Ja, das ist alles crazy. Weiter geht's von LGM. Erinnert euch daran, 6 ist 9, 6. April ist 9. April. Es war ein netter, sonniger Tag mit blauem Himmel. So ist es heute, what a nice day, ne? 6. April, 7. April, dann 6. April und hier David Schwartz. Sehr nice. Und der letzte Tweet schließt nochmal mit einem neuen Datum ab, denn Ripples schreibt hier, Blue Moon in August, der 22. August ist ein blauer Mond und dann nochmal, also damals hier im Oktober, am 31. Oktober war ein Blue Moon und dann dieses Jahr im August. Bin ich mal gespannt, ob da vielleicht was passieren könnte oder ob das wieder einfach nur irgendein, ja, auf Krampf hingezogenes Rätsel ist. Bleiben wir mal gespannt. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute dabei wart und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP News. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Wir sehen uns morgen, haut rein Leute. Ciao, ciao.